Hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen Video von mir. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Timelapse Video. Ich habe ein sehr cooles Projekt heute. Und zwar habe ich einen Kunden, der gerne das Porträt von seinem Sohn haben möchte. Die zwei sind auch noch absolute Fußballfans und zwar von Bayern München. Und das werden wir so ein bisschen kombinieren. Ich habe das Ganze auch schon fertig gemacht. Ich kann euch das mal eben kurz zeigen, die Vorlage. Der Kleene heißt Thiago und zufällig ist von beiden auch noch der Lieblingsspieler von Bayern München Thiago. Und naja, deswegen nehmen wir den als Silhouette mit dazu. Und ja, ich denke das wird ganz cool. Ich werde das Ganze jetzt durchstanzeln. Ich brauche so eine halbe Stunde ungefähr, um das alles durchzustanzeln. Und dann kommt es auf den Kunden drauf und dann geht's los. Los! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.